Die Schuhe, die haben... Die Schuhe? Die Schuhe, die... Hier ist wieder... Hier läuft im Hintergrund wieder so ein Babylied. Ein Babylied läuft im Hintergrund. Da gab es mal eine wuchtige Schreiberin. Die heißt... Wie heißt sie? Gertrudestein. Die schreibt, dass sich daran Literaten berauscht haben. Und sich davon inspirieren lassen haben. Von den neuen Gängen, welche sie im Alphabeten gegangen ist. Und da stammt ein Satz, der wohl gerühmt ist von Gertrudestein. Der heißt... Rose ist eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Nun ja. Baby, ein Baby ist ein Baby, ist ein Baby, ist ein Baby. Also, Mann, heißt das Weib, Weib. Das Weib ist ein Weib. Das Baby ist ein Baby. Der Weiber Babys heißt, Baby heißt, der Weiber Baby heißt, der kriegt ein Baby von dem Weib. Come on, Baby, da kommt das Baby da aus dem Weib. Das ist doch eine Affirmation, das ist doch eine Information, eine Kraft. Welche sind es an das Weib mit Namen Baby? Nein, 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 Weib, weiblich, schön weiblich bleiben. Immer schön weiblich bleiben. Dann wachsen, dann wachsen schöne Männer da. Danke, danke, Katerholtzig. Danke, Ritterputzke. Tolles Tanz-Einwein. Nacht, dank, morgen, abend, tschüss. pics GETTLETND. Weibs Gotth Weibs ное 久